Pappenheim ist der Name eines alten fränkisch-schwäbischen Adelsgeschlechts des Hochadels, das seinen Stammsitz im gleichnamigen Ort Pappenheim bzw. auf der Burg Pappenheim an der Altmühl hatte. Das Geschlecht übte von etwa 1100 bis 1806 DK Sekunden Amt des Reichserbmarschalls in Stellvertretung des Kurfürsten von Sachsen als Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches aus. Das Geschlecht ist nicht zu verwechseln mit den westfälischen Rabe von Pappenheim. Geschichte Ursprung als Stammvater gilt der ministeriale Heinrich Haupt, ein Gefolgsmann des Kaisers Heinrich V., der im Jahre 1111 erstmals urkundlich erscheint. Möglicherweise war er ein Sohn oder Bruder des beim Kreuzzug von 1101 erwähnten Konrad-Marschall König Heinrichs IV., ein Henrikus de Pappenheim wird 1138 bis 1147. 40 in Urkunden genannt, 1141 als Marschall, Hauptnachfolger Heinrich II., nahm unter dem ersten Staufer Konrad III. als Marschall am zweiten Kreuzzug teil. Heinrich könnte es auch gewesen sein, der mit Kaiser Friedrich I., Barbarossa den zweiten Italienzug bestritt. Auch am vierten Italienzug nahm er teil und überstand die Seuchenkatastrophe. Im Amt war er noch von 1168 bis 1173. Marschall Heinrich III. war 1174 Berater Barbarossas und wurde unter dessen Sohn, Kaiser Heinrich VI., Marschall und Legat. Er scheiterte zusammen mit dem Kaiser bei der Belagerung Neapels und starb vermutlich 1191 in Monte Cassino. Heinrich von Kalden ab 1191 Reichshof Marschall Kaiser Heinrichs VI. war vermutlich ein Sohn von Heinrich III., Testa. Der Sippenname variiert also zunächst zwischen Caput, Testa oder Cum Caputé, was sich auf das Wappensymbol des mit einem Stirn reif gekrönten Imperatorenkopfes bezieht, den die Familie im Siegel führte und der, zum Moor gewandelt, ihre Helmziehe und später auch Stadt Wappen von Pappenheim wurde. Die frühen Familienangehörigen wurden immer als Marschall bezeichnet. Sie trugen aber auch den Namen Kalendlin oder Kalden. Der Familiensitz die Burg Pappenheim wurde im Mittelalter Burg Kaltenegg genannt. Das Reichsmarschallamt, eines der Erbämter des Heiligen Römischen Reichs, besaß die Familie also vermutlich ab etwa 1100, urkundlich mit dem Namen Pappenheim verbunden seit 1141. Ein weiterer Heinrich von Pappenheim nannte sich im Jahre 1263 Marschall von Gottes Gnaden, des Kaiserlichen Hofes und des Herzogtums Schwaben, seit 1420 führten sie den Titel Reichsherbmarschall. Ihre Funktion trat bei der Kaiserwahl und Kaiserkrönung sowie den Reichstagen hervor. Unterstützt wurden sie dabei von dem Reichsquartiermeister. Außerdem wurde ihnen das Amt eines Reichsforst- und Jägermeisters im Nordgau übertragen. Nachdem sich die Grafen Pappenheim in mehrere Linien geteilt hatten, blieb die Verwaltung des Untermarschallamts seit 1473 immer beim in Pappenheim residierenden Senior. Diese Linie durfte sich zu Pappenheim nennen, alle anderen nur von Pappenheim. Im Kloster Pappenheim befindet sich eine umfangreiche Grablege der Familie. Entwicklung der verschiedenen Linien nachdem im 13. Jahrhundert die Linie des Marschalls Heinrich von Kalden sowie die der älteren Beberacher mit Ulrich von Pappenheim-Rechberg 1231 ausgestorben waren, entstanden noch im gleichen Jahrhundert von Marschall Heinrich VII. Kommend 1279 die ältere oder Pappenheimer Linie und von Marschall Hildpant begründet, die jüngere, nach dem zweiten Familiensitz Beberbach benannte Linie mit weiteren Abzweigungen. 1444 teilte sich das Geschlecht unter den Eben des Marschalls Haupt 2, in die Linien Allesheim, Bad Grönenbach, Rotenstein, Greventhal und Treuchtlingen. Der Zusammenhalt trotz religiöser Verschiedenheit wurde durch Familienverträge bewahrt. Herrschaft und Burg Pappenheim wurden gemeinsam regiert und vom jeweiligen Familiensenior verwaltet, vergleichbar mit anderen reichsunmittelbaren Grafen wie den bayerischen Ortenburgern. Somit teilte sich die pappenheimische Herrschaft in Familien-, Linien- und Individualbesitz auf. In der Konfessionsfrage eingebunden zwischen dem protestantischen sächsischen Kurfürsten und dem katholischen Reichsoberhaupt konnten die Pappenheimer nur vorsichtig agieren. Während sich Greventhal 1530 den Lutheranern anschloss besetzten andere Pappenheimer Bischofs- und Domherrenstühle. Erst nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 führten auch die Herrschaften Rotenstein, Treuchtlingen und Pappenheim die Reformation ein. Der Familienzusammenhalt wurde in internen Verträgen von 1534 und 1580 geregelt. Dazu gehörten vor allem Bestimmungen zum Seniorrat und zur gemeinsamen Herrschaft sowie zum Prozessbeistand. Pappenheim, die staufische Burg Pappenheim in Pappenheim an der Altmühl wurde im Jahr 1175 fertiggestellt, wie das Weihdatum der Burgkapelle verrät. Erbaut wurde diese Anlage vermutlich als kaiserliche Burg, die als Lehn, später als Allot, dem reichsministerialen Geschlecht der Karlatine überlassen wurde, die sich nun Marschelle von Pappenheim nannten. Pappenheim wurde als Residenzstadt regionaler Mittelpunkt der Herrschaft, die reichsherb Marschelle besaßen Privilegien wie Hellsgericht und Judenregal. Im Dreißigjährigen Krieg musste die Burg 1634 nach kurzer Belagerung den Schweden übergeben werden. Im spanischen Erbfolgekrieg wurde sie 1705 von französischen Truppen eingenommen und beschädigt. Danach zerfiel sie zu sehens und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in eine romantische Ruine umgewandelt, die dem Zeitgeschmack entsprach. Schon 1593 war Wolf Christoph zu Pappenheim von der Burg in das alte Schloss Pappenheim umgezogen, das durch Erweiterung eines älteren Baus in der Stadt entstanden war. Es blieb die Residenz der Marschelle von Pappenheim bis zum Bau des neuen Schlosses um 1820, das der Architekt Leo von Klenze im klassizistischen Stil gestaltete. Dieses ist bis heute Wohnsitz von Nachfahren in weiblicher Linie der Grafen von Pappenheim. Nach dem Erwerb der reichsunmittelbaren Herrschaft Pappenheim Anfang des 12. Jahrhunderts erhielten Angehörige der Familie weitere Besitzungen und Güter. Biberbach Die Orte Biberbach und Markt werden bereits im Jahre 1214 im Pappenheimer Urbau erwähnt. Auch die mit den Pappenheimern verwandten Marschelle von Reichberg hatten in Biberbach und in der Umgebung Besitz, der durch Erbfolge später an die Pappenheimer fiel. Im Jahre 1279 teilten die Brüder Heinrich und Hildbrand von Pappenheim den Besitz so, dass der jüngere Hildbrand den gesamten Besitz südlich der Donau, somit auch Biberbach, erhielt. Nach 1300 nannten sich die Nachfahren nur noch selten von Pappenheim, sondern meist Marschelle von Biberbach. Ein Nachkomme Hildbrands verkaufte die Herrschaft Biberbach mit den Orten Biberbach-Markt-Eisenbrechtshofen, Prettelshofen, Langenreichen und Feigenhofen am 16. Juni 1514 für 32.000 Gulden an Jakob Fuga. Treuchtlingen Den Ort Treuchtlingen kaufte Georg zu Pappenheim 1.447 von den Seckendorfern zurück. Treuchtlingen blieb danach lehn der Markgrafen von Ansbach aus dem Haus Hohensollern, die damit entscheidenden Einfluss auf die Konfession hatten. Zeitweise war es an den deutschen Orden in Ellingen verpfändet. Ursprünglicher Herrschaftssitz war die Burg Treuchtlingen, doch existierte auch bereits das Stadtschloss Treuchtlingen, das Feith zu Pappenheim 1575 umbauen ließ. Am 29. Mai 1594 wurde dort sein berühmter Sohn Gottfried Heinrich geboren. Reichsherb Marschall Veit zu Pappenheim war seit 1555 protestantisch und verlor deshalb die bayerische Hofmark Schwindeck, die er 1591 an Ritter Sebastian von Hauensberg veräußern musste. Nach dem Tod des Sohnes des Feldmarschalls Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, in der Schlacht bei Lützen 1632 und dem Erlöschen der Treuchtlinger Linie 1647 fiel Treuchtlingen an die Markgrafen von Ansbach. Punkt. Punkt. Rotenstein Nach dem Tod Ludwig von Rotensteins gelangten 1482 die Burg Rotenstein und das hohe Schloss Grönenbach in den Besitz derer von Pappenheim. Auf der Burg Rotenstein lebte auch Philipp von Pappenheim, der ab 1559 nahe der Burg die ersten kalvinistischen Predigten in Grönenbach halten ließ. Während des Bauernkrieges 1525 wurde Burg Rotenstein von aufständischen Bauern eingenommen. Marschall Wolfgang von Pappenheim und die Witwe des Marschalls Alexander von Pappenheim mussten von der Burg Rotenstein während der Besetzung nach Kempten fliehen. 1612 13. ging das hohe Schloss Grönenbach durch Erbschaft an die Fuga von Kirchberg-Weißenhorn. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde 1632 auch die Burg Rotenstein geplündert. Im Jahr 1646 war die Burg Hauptquartier des schwedischen Feldmarschalls Karl Gustav Rangel. 1692 verkaufte Gustav von Pappenheim die Burg für 65.000 Gulden an das Stift Kempten. Punkt. Landgrafschaft Stühlingen Die Landgrafschaft Stühlingen kam nach dem Tod des Grafen Heinrich VI. des Letzten der Herren von Lupfen 1582 an Maximilian von Pappenheim. Der Reichserb Marschall Konrad von Pappenheim erwarb bereits 1583 um 80.000 Gulden die Herrschaft und Rechte zum Mann lehnen. Die Grafschaft Stühlingen und die Alte, seit den Schweizer Kriegen baufällige Burg. Die eigentliche Belehnung erfolgte erst nach Abwicklung aller Streitigkeiten im Jahr 1603. Konrad starb noch im August 1603. Nachfolger wurde sein Sohn Maximilian. Dieser ließ von 1620 bis 1623 die Alte Burg abreißen und baute in schlichter Form das heutige Schloss Hohenlupfen neu auf. Sein einziger Sohn, Erbmarschall Heinrich Ludwig, fiel als schwedischer Oberst bei der Belagerung des Hohen Stoffeln im Juni 1633. Durch Heirat der Tochter Maximiliane mit Graf Friedrich Rudolf von Fürstenbach 1631 fiel die Landgrafschaft an das Haus Fürstenberg. Gräfenthal Herzog Wilhelm III. von Sachsen verkaufte Schloss Westenstein in Gräfenthal mit allen zugehörigen Orten und Rechten 1438 ohne Aufgabe der Lehnshoheit an die Pappenheimer. Der Begründer der Gräfenthaler Linie war Konrad von Pappenheim. Sebastian von Pappenheim, verheiratet mit Ursula von Wallenroth, baute die Residenz von 1517 bis 1541 großzügig aus. In dem nun stattlichen Schloss empfing er 1530 Martin Luther und den sächsischen Kurfürsten Johann den Beständigen sowie im Jahr 1547 Kaiser Karl V. und Herzog Albar Joachim von Pappenheim verstarb dort 1575 seine Grabplatte ist in der Stadtkirche St. Marien erhalten. Am 19. Dezember 1599 verstarb dort der letzte Angehörige der Gräfenthaler Erplinie, Reichsmarschall Christoph Ulrich von Pappenheim. Ab dem Jahre 1612 hatte Philipp von Pappenheim aus der Rotensteiner Linie zusammen mit seinem Neffen Maximilian die Herrschaft Gräfenthal inne. Mit Philipps Tode 1619 fiel sie komplett an Maximilian von Pappenheim. Dieser verkaufte die Herrschaft schuldenhalber 1621 für 130.000 Gulden an das Haus Vertin. Vertreter und Standeserhöhungen Wegen des Besitzes bzw. Teilbesitzes der Güterstühlingen, Hohenreichen und der Wertingen waren die Herren von Pappenheim im 17. Jahrhundert Mitglieder der Reichsritterschaft in den Ritterkantonen Altmühl und Steigerwald des Fränkischen Ritterkreises. Wegen des Besitzes und Teilbesitzes vom Ramsberg und Wildenstein waren sie auch ab Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1805 im Ritterkanton Kocher des Schwäbischen Ritterkreises immatrikuliert. 1628 erhielten sie die Reichsstandschaft als Reichsgrafen in der Schwäbischen Grafenbank. Die reichsunmittelbare Grafschaft Pappenheim an der Altmühl fiel 1806 durch Mediatisierung an das Königreich Bayern. 1815 erhielt das Geschlecht als Entschädigung für den Verlust des Reichsherbmarschalsamts Anspruch auf Einräumung eines Herrschaftsbezirks im Saar-Departement, worauf die Familie jedoch kurz darauf gegen eine Geldentschädigung seitens des preußischen Staates verzichtete. Aus der Linie der Pappenheimer in Treuchtlingen stammt der bedeutendste Pappenheimer Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Auf ihn geht die bekannte ursprünglich positiv gemeinte Redewendung, daran erkenne ich meine Pappenheimer, zurück. Er und sein Väter Philipp erhielten von Kaiser Ferdinand II. am 19. Mai 1628 zu Prag die Reichsgrafenwürde, die von Kaiser Karl VI. im Jahre 1740 und Kaiser Karl VII. 1742 dem Marschall Friedrich Ferdinand von Pappenheim bestätigt wurde. 1524 erfolgte eine Aufnahme in die Tiroler Adelsmatrikel. Im Königreich Bayern wurde durch ein Reskript im Jahre 1825 anerkannt, dass die Grafen von Pappenheim zum Hohen Adel gehörten. Das Prädikat Erlaucht wurde 1831 durch besondere Verleihung in der primogene Tour für Karl Graf und Herr zu Pappenheim, bayerischer Generalleutnant und Generaladjutant des Königs eingeräumt. Eine österreichische Anerkennung erfolgte am 22. Februar 1847 zu Wien und eine bayerische Ausdehnung auf alle Mitglieder der Familie am 7. März 1911. Im Laufe der Zeit starben die meisten Linien der Pappenheimer aus. Die Linie des Gottfried Heinrich zu Pappenheim starb 1647 mit seinem Sohn aus erster Ehe, Wolf Adam, aus. Heute existiert noch die Ilzheimer Linie. Graf zu Pappenheim in Großmehring war vom 1. Dezember 1821 bis September 1823 beteiligt an der Lösung der Probleme vor Eheschließung von Elisabeth von Bayern. Der katholischen Tochter des bayerischen Königs Maximilian I., Josef mit dem protestantischen preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Nachkommen Die Nachkommen dieser Familie tragen bis heute den Namen Grafen zu Pappenheim und sind in Bayern, der Schweiz und Österreich heimisch. Der Besitz des Stammsitzes Pappenheim ging nach dem Tod des Familienoberhaupts Ludwig Graf zu Pappenheim, mit dem die Hauptlinie 1960 im Mannesstamm erloschen ist, im Erbweg an dessen Tochter Ursula Gräfin zu Pappenheim. Aus ihrer Ehe mit Gerd Graf von der Recke von Vollmerstein ging eine Tochter Inniger hervor, die mit Albrecht Graf von Ecklofstein verheiratet ist. Ecklofstein ist inzwischen der Geschäftsführer der Gräflich-Pappenheim-Sinn-Güterverwaltung. Bis heute gibt es noch zwei jüngere Linien, die auf den Grafen Alexander zurückgehende, bis 1945 in Iskars-Sent-Jordier ansässige katholische 2-Linie und die auf Graf Maximilian zurückgehende, bis 1968 in Grund-Elsheim ansässige evangelische 3-Linie. Wappen Das Stammwappen zeigt drei Reihen blau-silberne Eisenhüte, auf dem Helm der Rumpf einer goldbegrönten und goldbekleideten Murrin mit zwei goldenen Zöpfen. Die Helmdecken sind blau-silbern. Im Laufe der Zeit gelangten Wappenbesserungen an die Familie. Bei Siebmacher ist das Wappen gefiert, 1 und 4 von schwarz und silber geteilt, mit gekreuzten roten Schwertern, 2 und 3 dk-Sekunden Stammwappen. Auf dem rechten Helm mit schwarz-silbernen Helmdecken, 2 wie in Feld 1 und 4 beschriebene gekreuzte Fahnen, links der Stammhelm. Historische Wappenbilder Ortswappen mit Pappenheimer Elementen der Eisenhutfee ist noch heute in zahlreichen bayerischen Wappen zu sehen. Die Pappenheimer Mohren aus dem Stadtwappen von Pappenheim übernahm die Familie als Helmzieher. Punkt, 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 Punkt. Ersündlichkeiten Haupt 2 von Pappenheim, Reißerb Marschall Heinrich von Pappenheim, Begründer der Allgäuer und Stühlinger Linie Konrad III. von Pappenheim, Begründer der Linie Greventhal Georg von Pappenheim, Begründer der Treuchtlinger Linie Joachim von Pappenheim, Erbauer der Burg Neukalden bei Altusried Kaspar Mastschock von Pappenheim, Eichstätter Kanoniker Altarstifter des Pappenheimer Altars im Dom zu Eichstätt Sigmund von Pappenheim, Begründer der Allezheimer Linie Wilhelm von Pappenheim, Kaiserlicher Rat Alexander von Pappenheim, Begründer der Linie Pappenheim Grönenbach Christoph Marschall von Pappenheim, Fürstbischof von Eichstätt Wolfgang von Pappenheim, Kaiserlicher Rat Sebastian von Pappenheim, Sächsischer Rat und Inhaber des Seniorrats des Reißerb Marschallamtes ab 1529 Matthäus von Pappenheim, Kanoniker am Augsburger Dom Humanist, Chronist und Genealoge Georg von Pappenheim, Bischof von Regensburg Christoph Ulrich von Pappenheim, Reißerb Marschall und letzter Repräsentant der Linie Pappenheim-Greventhal Veit zu Pappenheim, Reichsherb Marschall Alexander von Pappenheim, Deutscher Reichsherb Marschall und Kaiserlicher Rat Konrad von Pappenheim, Kaiserlicher Oberst Philipp von Pappenheim führte in Bad Grönenbach die kalvinistische Lehre ein Anna von Pappenheim, Gemahlin Philips, Maximilian von Pappenheim, Landgraf von Stühlingen Gottfried Heinrich zu Pappenheim, General im Dreißigjährigen Krieg Karl Theodor von Pappenheim, bayerischer Feldzeugmeister und letzter regierender Reichsgraf der Grafschaft Pappenheim Albert von Pappenheim, bayerischer Generalleutnant, Schriftsteller und Abgeordneter Clemens zu Pappenheim, bayerischer Regierungsrat Ludwig Magnus zu Pappenheim, bayerischer Reichsrat Gottfried Heinrich Albert Hauptgraf zu Pappenheim-Rotenstein Untertitelung des ZDF, 2020